Ich begrüße euch zu Dead Island 2. Wir machen jetzt die Mission Blood Drive. Wir müssen jetzt mal unser Blut testen. Sehen wie es wird. Wollen wir gleich hier runterspringen? Nein. So, ok. Der Feuerwehrmann wieder da. Willi beim Essen gar nicht stürmen. Weiter. 40 Meter. So richtig. Das war trotzdem cool, oder? Ja, ja. Zum Ausgang raus. Ach, grüß dich. Das war ja. Wo spuckt denn die fetten Dinger hin, die immer so platzen? Manche Zombies explodieren. Alles klar, wir müssen jetzt in den Gully. Zurück in die Filz. Was machen wir zu unserer Freundin, wo wir schon mal waren? Der im Keller, wo wir in seinem Dope pflanzen? Ja, oder zu der anderen, die auf der Brücke stand, die eingebrochen ist. Was könnte sein? Ja, irgendwie steht jetzt hier zum Testzentrum am Strand. Die ich inzwischen nicht überlesen habe. Jetzt sind wir hier, ok. Ja, komm, da wollen wir schon mal. Schon? Ja, stimmt. Nein. Nein. Warte mal. Nein. Warte mal. Warte mal. Nein. Jetzt sind wir gelöscht. Hier haben wir noch nicht. Nein. Nein. So. Wie viele sitzen denn hier rum? Schutzanzuggeher. Ja. Immun sind die gegen Gift. Alles da. Eine Beule vom Halten. Nagelpistole hast du gar nicht, oder? Nein. Ich denke schon, wir haben so viele Waffen, aber das Problem ist ganz gut nicht so viele tragen. Hier ist noch eine Tür, die wir öffnen können. Oder hier. Nach Spruchinnerung. So. Schlüsselkarte wieder suchen. Sehr schön. Schlüssel vorne nach Spruchinnerung. Ich finde es lustig, wenn du die die Granaten wurfst und einfach den anderen voll so weit fliegen. Weg mit dir. So, das war gut. Der hat Chemikalien liegen, das ist ja gut. Das ist der Mann. Mission. Schrott. Wir sind ein Lightbot. Das können wir untersuchen. Eine Million vermisst du, okay. Das sind die Bastards. Sie sind auch noch mal ein Whitebot. Autophage. Ist das, was sie nennen? Was ist das? 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 Ich finde es lustig, bei Zombies, wo schon die Arme alles fehlen. Warum du dann einfach hier einen Schlag oder so machen könntest. Weil, was wollen die noch machen? Jetzt wird der Strom drauf. Au. 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 Hier ist auch noch etwas zu lesen. Hier oben. Hier wo ich hingucken. Das ist hier wo die Leichenhalle war. Das ist hier wo die Leichenhalle war. Das ist hier wo die Leichenhalle war. Das ist hier wo die Leichenhalle. Hier wo die Leichenhalle. Hier wo die Leichenhalle. Hier ist ein Taktband mit einem Bauplan. Genauigkeitvorteil. Ich will dann hier noch mal meine Waffen kurz reparieren. Das bin ich froh, das vergessen zu machen. Um das eine klein zu legen. Die Graue Waffe. Da passt das dran. Wollt ihr was hochrüsten? Na ja. Na ja. Das vielleicht wird ja auch mal ein Ausr 뭐야. Das ist nicht super, das ist ein Blut. Ja, das ist nicht so, ich glaube ich wollte. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Na ja. Ich finde das Motorrad. Ich lade ja. Dann wieder. Wollen wir mal die ganzen Puzzis auf hier Und war da was drinne? Nee Gibt noch Schneeweilen Ja Ja ich mein Das ist halt mega geil Wollen wir hier Batterie einsetzen Nee die hab ich schon rausgenommen Die ist schon rausgenommen ok Die liegt dran rum Leichensack untersuchen hier vorne bei mir Hab ich ihn nicht gesehen Nee Ja Sie gehen jetzt hier Wasser So zum Desinfizieren wahrscheinlich Können wir die Tür aufmachen? Alles klar Doch wir müssen hier aktivierenden Schlüsselkartenlaser benutzen Hier geht's Was bin ich nicht gerade zu blind? Schraub mir die Ehrlichkeit durch Nee Schlüsselkarten Hier zieh ich einfach Wie krass das WhiteBot schon hier Und jetzt Und jetzt Wie könntest du hier rausgehen? Regen sie sich alle um Wunderbar dein Bein weg Hier liegt ein Schropp rum Die Beine weg schießen ist das effektivste was du machen kannst Ja Vor allem wenn du die Wildcard dazu noch hast du dir verstümmeln Oder dein Kopf Der Kopf bockt auch Der Kopf bockt auch Ich mach mal hier an der Seite die Dixis auf Ob es da noch irgendwas Calavantes gibt Oh Allah was'n das? Ja Bei denen brauchst du da ein bisschen mehr Ja Der Kopf Schade dass du hier Wird das hier abgegabt Wo ich seit richtig viel Munition Ah Du brauchst auch nicht so viel Schuss für die Gegner Ja Ja ich will schon Ja wir müssen dann hier die Treppe anscheinend hoch Energy Drink Ist doch gespürt Komm mal Schießpulver Ah wichtig Ich bin da ein Blutentnahmegerät Das wird eine Tortur-Porn-Convention sein Und ich weiß es nur Ich will uns kurz ein bisschen umschauen bevor wir hier was starten Also auf jeden Fall hier richtig gut infiziertes Fleisch sammeln Also auf jeden Fall hier richtig gut infiziertes Fleisch sammeln Hier bei mir gibt es noch eine aufgeblähte Milz Ja Und Explosionsdrüse Also komm schon mal Die äh Exotischen Mods sag ich mal richtig Ja Ja Ich sammle erstmal alles einher Ja ich sammle erstmal alles einher und komm schon mal Go To To Die kommt schon los? Na, musste eben am Kreis laufen. Achso, hab sie schon eingesammelt. Stell die Stromfahrzeuge wieder. Wo ist denn die Stromleitung? Hier, die gelbe. Guck mal. Guck mal. Guten Abend, Dr. Dorian. Bitte bitte auch einstecken oder was? Ja, bitte bitte auch einstecken oder was? Oder hier, du musst die Leichen aussuchen. Oder ich. Ah, useless. Nichts. Hier kannst du auch noch was untersuchen. Bei mir. Spann mal, spann mal, spann mal. Lass den Mario festhalten. Hier in dem Leichenschrank. Ja, den Schränkgangs noch untersuchen. Das wird bestimmt auch außerhalb von dem Raum sein, denke ich. Ja, die Leiche hier bei mir. 33% ist alles da. Die haben wir schon durchsucht, die Leiche. Hier noch irgendwas. Hier die Leiche, oder? Ja, die können wir noch durchsuchen. Ah, wrong guy. Wo bist du? Ja. Die Leiche. Oh, come on, not this one. Hier, docky 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 Dorian. Hier hinten bei mir. Gibt es noch eine Waffe in der Ecke? Gibt es noch eine Waffe in der Ecke? Hm. 36% ist das ernst? Ist der Sherlock Holmes oder was? Was? Hier geht es noch hinter? Ne, da waren wir schon. Bei der... Also wir sind jetzt die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Ach, wir müssen bei Echo gucken. Doktor Dorian. Echo. Ah, hier steht Papa. Hier, bei mir. Guck mal. Oh, Echo bedeutet die schreibernden. Dieser Doktor muss ja mal ein bisschen schreibernden. Ja, warte mal, dann haben wir noch. Alpha. Wo ist denn hier Alpha? Das ist Alpha, oder? Bei mir? Das haben wir schon durchsucht. Ich schrei aus Tykus. Das ist gut, oder? Die Leiche hier. Hä? Warum könnten wir die jetzt anschauen? Alles klar. Ja, dann hier das Boot. Das Klemmbrett. Gut, jetzt haben wir hier noch einen Hinweis. Jetzt haben wir es. Schuhebereich 3. Der ist hier drüben. Alles klar. RIP Dorian. Gut. Okay. Also wichtig ist ja die Bereiche durchsuchen, meine Freunde. Okay, Doc, we got power. What do you want me to do with this thing? You should see a circular opening big enough to stick your arm into it. Okay, I see it. So stick your arm into it. Done. Now what? Ja, jetzt komme ich mit einem Haufen Zombies. Dann kommst du mit dem Arm raus. Ja, natürlich. Come on, come on. Wie lange brauchen die, um das Blut abzunehmen? Ich dachte, du bist mit deinem Armband hängen geblieben. Ne, das ist mein Arm. Du hast wahrscheinlich wirklich keine Armbänder. Got it. Are there worm-like things wriggling around in it? What? Ha, kidding. We're good. You are really not helping, Doc. Okay. I'm out of here. Hau ab. Ist auch schön. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt hier... Ja, so ist Hitler. Hier wird das in die Nexion rausgeschmissen. Ich habe das bei dir schon nachher einigen. Ich muss hier aus chinesisch auswählen. Ich bin über das mit einerlei Gehirn rausgehalten. Aber ich habe da noch nicht zu verwirrt. Die ist hier unterwegs. Ich habe hier in das Gehirn. Zeige von die Nexion rausgelegt. Das ist richtig. Ich habe da noch Angst. Ich habe da noch nicht zu klären geblieben. Das ist wie eine Laptop. Mülltonne Ich weiß nicht, ob ich was reparieren muss Ich übertreibe, du musst dir jede Bank mitnehmen Lass mich doch, Alter Vorne ist noch eine Notiz Was ist da rum? Ja, weil du jede Bank mitnimmst, Alter Achso, Santa Monica Hier gibt es eine Mülltonne, verdächtige Behälter CDC Entsorgungsschlüssel erforderlich Leck mich am Arsch, Alter Ach, das ist schon geil, dass du jetzt mit den riesigen Ort hierherrn Unrelevantes Zeug abgeschlossen ist, Alter Ach Oh, Leute, guck mal vorne, das ist ja ein Freizeitpark, oder? Ja, das sieht schon gut aus Ja, sicher, äh, so, wann kann ich hier rauskommen? Hm, ja Ich bin Angst, dass das nicht möglich ist Und weil wir noch herausfinden, die Natur der Infection können wir Ihnen heute nicht viel Zeit geben Wir haben bereits zu... Äh, was sagst du? Ich fühle mich gut Das Beste muss ich sagen Ja, lass ihn ignorieren Es war zu spät Wenn wir vorne noch kurz looten Die können wir wegflatschen Ja, dann müssen wir eh rein Und laden Shit Jetzt zu dir drümen an Kann Ich kann nicht mehr anzünden Ist Kimbole drauf noch? Nee, meine Nagelpistole ist alle Hallo, friendly lifeguards You happen to have a blood drive? Oh, mir egal Hier ist noch eine Tür, geht die auf? Ja, die muss aufgehen Ich glaube, wir müssen hier rein Ach, ist das wohl der Weg oder was? Ja Hier gab es noch Chemikalien oder Mülltanne Detalkiste Hier kann man durchkrabbeln Hier hinten Ach, müssen wir ja anscheinend, oder? Naja Wir müssen hier den Raum durchsuchen Jetzt gucken wir uns irgendwie rein Durchkrabbeln Ne, das ist bloß Medi und so'n Zeug Da war ne Tür Ne Sicherung Ne Sicherung, ja Das fände ich hier schon da drinne Haben wir ja einen Wasserkanister ja hier Bis soviel sind Hauchen fallen Wahrscheinlich, wenn wir die Tür abgemacht haben Ganz hart hier Ja Mach's mal jetzt ne extra die Mühe Oh, da lebt noch Was trinkt denn da Brudi? Zu viel Wie ist denn die Kiste bei mir reinwickelt Und was kommt raus? Und jetzt kommt die Axt in lila Schmeckt? Hirschhornmesser, alles dran Das kann ich gleich verkaufen, wie viel das Ding Zerlegen Ja, das ist lila Das verkaube ich meistens immer gut Je nachdem, was du halt grad brauchst Dann habt ihr Meds, Braust oder Cash Was ist denn jetzt in Santa Monica? Ok Ja, wir müssen dann hier zum Pier Beim Pier hast du übrigens viel noch Haben wir jetzt die Sicherung hier schon gefunden? Am Pier vorne hast du übrigens viel noch So, gibt's hier noch was schönes? Gibt's hier noch was schönes? Hier noch hier Ich hab mir so eine Mapbeine geschaut So Was zappelt hier unten rum? Zappelt das bei der Uhr hier unten? Hm, nein Wir haben jetzt ein abgebrennter Unterschenkel im Boden rum Draußen macht irgendwas Krawalle Ich hab's schon mal angezündet, ja Ich hab's schon mal angezündet, ja Ja, okay Sind sie dann abgehauen Die Lern dazu Die Lern dazu Ich hab hier so ein Fitnesscenter Vor der Tür aufmachen und wir in Ruhe looten nochmal Ja, der Spind ist ja durchaus auch verschlossen Alle ist verschlossen hier Hm, Wasser, Wasser, Wasser Randy ist spinnt Ha, ja, verschlossen Ja, da müssen wir jetzt hier raus, ja Der Bruder hat schon Bock auf uns Ich mach auf Immun Dann ernst Das ist der Randy vielleicht das hier Ich weiß nicht Alter, was denkt denn der so hart? Alter, wow Das ist so krass, wie schnell die Uhrziele aus Was jault denn hier die ganze Zeit so? Keine Ahnung von mir Das wird bissel doch nicht nur im Grund jault irgendwas Wahrscheinlich irgendein Hund sich was eingeklemmt Na ja, das wird mir erst schon eingeklemmt Ein Sack Aber was wollen? Ja Auf Schleppruten getreten Misch hier hoch? Über das Auto oder was? Ja Hier oben, Safe House Jetzt kann es keine Wache im Haus werden Zum einen Ja, bei mir Ja Schluss mit den Gewinsel Oh, hier ist noch ein Bauplan Lager stimmt Oh, wieder Schneureise Ich hab nicht die Bandi Was diese Scope ist, wird mich immer interessierend Ja, jetzt ist sowas wie Instagram oder so ein Kommunikationsdienst Oh, oh Gott Soll ich mal das Wahlgesang ja deaktivieren? Oh, oh Gott Dammit That means Dr. Bundy didn't make it The blood drive must still be at the end of the pier I'm gonna find it I'm gonna take it out, right? Right Just be careful Just be careful The pier would lock down, but Bundy had the key Try to find him Bundy, got it Wir haben dann eine Links erhalten, eine neue Fähigkeit Und neuen Slots frei geschalten Was? Was war denn das jetzt? Schmerzgrenze ist neu Hm Locken ist auch nicht so geil Ich muss auch noch etwas rein Geht anders Ich muss jetzt mal so gefühlt Ich muss noch etwas rein Geht anders machen wir dann nächsten im nächsten video weiter bis dahin